3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, genau. Jetzt haben wir das Gewicht auf dem linken Bein rechts lang getappt und der Mann führt jetzt den Hüftrad, ja? Das ist ganz wichtig für uns Frauen, ist, dass wir das Gewicht selbst tragen, also wir hängen und sitzen nicht an den Mann dran, ja? Sondern wir machen den Bauch schön fest, haben die Arme nur leicht abgelegt und verlagern das Gewicht auf das rechte Bein, die Hüfte, rechts raus, auf 1, auf 2, 3, machen wir mit der Hüfte einen Kreis auf die andere Seite, nach links. Verlagern das Gewicht auch leicht, ganz wichtig ist, dass ihr auch den Oberkörper ein bisschen tiefer nehmt, dann habt ihr mehr Platz, ja? Um die Bewegung zu machen. Also nochmal zusammen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, von vorne, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, von vorne, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, von vorne, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das heißt, wir fangen an 1, Happy, happy position! Basic nach vorne, Männer mit links vor, rechts auf der Stelle, mit links, zurück. Nach hinten, jetzt zurück. Schrittposition. In der Position gehen wir ein bisschen tief. Ein bisschen tief für die Männer. Komm, mach mit. Jetzt, Gewicht verlagert nach vorne und nach hinten. Und vor und zurück. Und vor und zurück. Wichtig für die Männer, Kontakt. Mein Bein ist zwischen dem Bein der Frau. Aber der Kontakt ist über. Und vor und zurück. Basic, nur Gewicht verlagert. Vor, zurück. Vor, zurück. Damit es ein bisschen schöner aussieht, könnt ihr eine kleine... Dadurch, dass die Frau das Bein des Mannes eingeklemmt hat, jede Hüfte der Frau nach vorne und nach hinten. Hüfte, Männer. Nach vorne. Tag. Hüfte, zurück. Tag. Über. Oben. Und. Oben. Und. Oben. Und. Nach hinten. Zurück. Tag. 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 Von unten nach oben. Tag. Okay? Okay? Also, Frauen, Bein einklemmen. Nochmal von vorne. Bewegung nach vorne für die Männer mit links. Und. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und wir gehen vor. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ab. Weiter geht's. Nochmal. Den zweiten Part. Ganz langsam. Männer. Wir gehen jetzt nach vorne. Vorne. Eins. Zwo. Drei. Tief. So. Eine Bewegung. Zwei Kackenschläge. Fünf. Sechs. Sieben. Ab. Eins. Zwo. Drei. Stopp. Beim dritten Mal. Gehen wir aus dieser Position raus. Gewicht für die Männer nach vorne. Gewicht. Auf. Sechs. Hin links. Sieben. Rechts. Und. Z. Ja. Alle zusammen. Wir linken hängen los. Und. Zwo. Zwei. Vier. Fünf. Sieben. Hüfte. Eins. Zwo. Zwei. Sieben. Zwei. Sieben. Z檢 Das war's. 5, 6, 7, 8, 1, 12, 13, 14. Wir sind Sandy und Sandro. Wir kommen aus Frankfurt, Deutschland. Wir sind zum ersten Mal hier zu Gast bei La Naccia della Casablanca in Holland. Wir hatten gerade unseren Workshop Bachata Sensual. Wir freuen uns hier zu sein. Wir bereiten jetzt unsere Show vor und sind dann heute Abend wieder hier zur Party.